Heute sind ja viele Leute davon überzeugt, dass sie anderen helfen können, dass die aus schwierigen Situationen dann auch wieder rausfinden, also aus solchen Verwicklungen, wo die stecken geblieben sind und nicht weiterkommen und die leiden ja dann auch sehr und dann versuchen sie dem zu helfen und glauben, sie könnten ihn verändern. Und das ist, glaube ich, der große Irrglaube. Man kann keinen anderen Menschen verändern, der kann sich nur selber verändern. Also wenn er verwickelt ist, kann ich den nicht entwickeln, sondern der müsste sich selber entwickeln. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Also vielleicht die Voraussetzung erstmal ist, der wird das ja nicht machen, weil selbst im verwickelten Zustand ist ja wenigstens noch einigermaßen Ordnung im Hirn. Man müsste einen triftigen Grund haben, dass man sich überhaupt entwickeln oder aus einer gegenwärtigen Situation verändern möchte. Und das würde man nur tun, wenn das Ergebnis dieser Veränderung positiver ist und attraktiver ist als das, was man jetzt hat. Viele Menschen bleiben im Schlamm, im Sumpf stecken, weil sie da wenigstens wissen, hier kenne ich mich aus, hier kann mir nichts passieren. Das ist sicher. Macht zwar keinen Spaß, aber bevor ich jetzt hier irgendwo rauskrabble und dabei ganz und gar untergehe, nehme ich es lieber so, wie es ist. Das ist dieser alte wunderschöne Spruch, der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. Verändern kann man andere Menschen nicht, aber man kann ihnen helfen, in so einen Veränderungsprozess zu kommen. Und da gibt es drei interessante Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, die wir da immer auch so schnell auf den Lippen haben. Es muss noch schlimmer kommen mit dir, damit du endlich zur Vernunft kommst. Das heißt, wir wünschen dem anderen eine schwere Krise. Ja, das ist auch manchmal so, dass man vor allen Dingen bei Situationen, wo Menschen in so einen Zustand des Burnout kommen, wo überhaupt nichts mehr weitergeht, wo auch das ganze Lebenswerk sozusagen über ihnen zusammenfällt, dass sie dann in eine schwere Lebenskrise geraten. Wenn man sich dann aber anschaut, was dann daraus wird, dann muss man sagen, bei wahrscheinlich 90 Prozent, die rappeln sich wieder oder werden wieder hergestellt und dann machen die so weiter wie vorher. Nur noch mehr, möglichst. Und ein paar sind aber dabei, liest man manchmal in der Zeitung, manchmal begegnet man auch mal so einem Typen. Die verändern da ganz grundsätzlich etwas in ihrem Leben. Das kann man schon fast gar nicht Veränderung nennen, weil das so tiefgreifend ist, fast wie eine Verwandlung. Also das ist dann der ehemalige Unternehmer, der durch eine schwere Lebenskrise durchgegangen ist und dann hat er sich entschlossen, irgendwo Bienenzüchter zu werden. Da merkt man, wie schwer das ist, so eine Entwicklung und so eine Veränderung in sich selbst zuzulassen und sie dann vielleicht selbst in die Hand zu nehmen. Das stellt ja alles in Frage, was dieser arme Unternehmer vorher hatte. Seine Freunde, seine Familie, sein Lebenszweck, sein Weltbild, all die vielen Jahre, die er vorher mal lucht hat, um dieses Unternehmen groß zu machen. Das musste ja alles weg, nur um endlich aus diesen Verwicklungen rauszukommen und jetzt Bienenzüchter zu werden. Und das komische ist, wenn man den dann fragt, wie geht's dir denn jetzt, sagt er, Wahnsinn, das war die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben hätte treffen können. Das war so furchtbar vorher. Und der hat's geschafft. Schwere Krise kann manchmal dazu führen, dass man die Kurve kriegt. Schöner ist das andere, was offenbar auch geht, aber auch nicht immer so wahrgenommen werden kann. Ich nenne das gerne Sternstunde. Es kann einem eben passieren, dass man ganz normal sein Leben führt, glaubt, es sei alles in Ordnung, ist auch einigermaßen erfolgreich und erwartet auch nicht mehr viel vom Leben, als dass es so weitergeht. Und dann kommt man in eine Situation, wo man etwas erlebt, was einem einen inneren Schauer einjagt, wo man auf die Knie fällt, wo man plötzlich feststellt, hey, da gibt's noch was. Also da gibt's noch etwas, was ich noch gar nicht gelebt habe. Da gibt es Sinnlichkeit, da gibt es Lebendigkeit, da gibt es diese ganze unbändige Entdeckerfreude und diese Gestaltungslust. Und das ist alles in mir futsch gegangen, weil ich hier in diesem Hamsterrad mich die ganze Zeit bewegt habe. Das kann einem passieren. Im Kino, im Film kann das machen. Bei 99 Leuten nicht, aber einer sitzt da, den hat's erwischt. Ein Buch kann es auch machen, Konzert, Kunst, Theater, oft Natur. Also man geht in die Natur und plötzlich merkt man diese Lebendigkeit. Und dann steht man von so einer alten Eiche und dann fällt man auf die Knie. Und dann kann es passieren, dass es einen wirklich tiefgreifend erschüttert. Und das braucht es, glaube ich. Vielleicht Erschütterung ist gar nicht das schöne Wort dafür. Berührung heißt das richtige Wort. Es ist so berührend. Oft gibt es auch berührende Begegnungen mit anderen Menschen. Und zwar solchen, die da schon auf der anderen Seite angekommen sind. Und wenn man so etwas Berührendes erlebt, kommt man ja wieder in Berührung mit dem, was man da vorher so tapfer unterdrückt hat. Und was in der Welt des Funktionierens nicht leben durfte. Und was man schon als Kind eingewickelt hat. Seine lebendigen Bedürfnisse. Sein Gefühl für den eigenen Körper. Wenn das plötzlich wieder gespürt werden kann, dann gibt es ein paar Leute, auch wieder von 102, die sagen, ich mach mir jetzt so weiter. Die kommen aus dem Kino raus und sagen Schluss. Und auch da wieder, die müssen alles ändern. Die sind verwandelt. Die sind andere Menschen als vorher. Und auch hier, wenn man sie fragt, wie geht's dir, sagen die, noch nie war ich so glücklich. Ich bin so froh, dass ich die Kurve gekriegt habe. Die haben dann manchmal kein Geld mehr. Und die leben in Leben, wo andere sagen, oh Gott, das möchte ich lieber nicht. Aber die sind total happy. So, und das ist aber auch eine seltene Spezies. Kann man ja auch nicht gesellschaftlich arrangieren. Und man kann es auch nicht allen wünschen, dass sie da in so eine schwere Krise kommen. Und dass das sich so etwas eignet, das ist ja praktisch fast etwas, was einem geschenkt wird. Das kann man nicht organisieren. Deshalb ist es interessant, dass es noch eine dritte Möglichkeit gibt. Und die ist relativ einfach. Die könnte im Grunde genommen jeder einfach für sich entdecken. Und das ist, dass man einfach versucht, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Also einfach nur in dem, was man so alles tut, darauf zu achten, dass man das, was man tut, auch dass einem das gut tut. Also beim Essen zum Beispiel. Muss ja nicht gleich die ganze Weltrevolution sein. Also schon mal beim Essen könnte ich aufpassen, dass ich nichts esse, was mir nicht gut tut. Nicht mit Leuten, die mir nicht gut tun. An Orten, also auf der Straße oder irgendwo. Muss ich doch nicht. Kann ich doch einfach anders machen. Kann ich mir so arrangieren, dass es mir gut tut. Medienkonsum will ich jetzt gar nicht lange ausführen, aber da weiß ja jeder, was damit gemeint ist. Muss ich doch nicht zwanghaft jedes Mal dieses Zeug mit da alles angucken. Und kann ich auch einfach sagen, abschalten mache ich mal jetzt heute nicht. Mit dem Ergebnis, dass man sich wieder als Gestalter seines eigenen Lebens erleben darf in so einer Situation, wenn man anfängt, liebevoll mit sich selbst umzugehen. Gleichzeitig verbindet man sich ja jetzt mit seinen eigenen Bedürfnissen. Ich mache ja nur etwas, was in mir auch danach ruft, gemacht zu werden. Das heißt, ich muss auch in mich hineinhorchen und muss mich fragen, wenn ich liebevoll mit mir selbst umgehen möchte, was da für verwickelte und unterdrückte Bedürfnisse in mir sind, die danach rufen, erlöst zu werden. Also bekomme ich eine Sensibilität für meine eigenen Bedürfnisse, suche danach, dass ich die dann auch stillen kann. Und natürlich spüre ich meinen Körper endlich auch wieder. Also diese ganzen Prozesse, die im Körper sich abspielen und die ich bisher gar nicht mehr wahrgenommen habe, kommen mir plötzlich wieder zu Bewusstsein. Und ich kann dann auch was dafür tun. Ich lasse meine, meinen Körper nicht mehr allein, wenn das da irgendwo ruft und er meine Hilfe braucht. Das hört sich ja ganz komisch an. Aber das bedeutet, dass ich, dass ich auf die Signale aus meinem Körper achte und sorgsam mit diesem Körper umgehe, damit er möglichst lange auch mir erhalten bleibt und gesund bleibt. Wenn man also anfängt, liebevoll mit sich selbst umzugehen, verbindet man sich ja gewissermaßen wieder mit seinen beiden Grundbedürfnissen. Damit löst man sich aus der Verwicklung, in die die beiden vorher geraten waren. Und man ist dann auch kein Bedürftiger mehr, der ständig was von anderen haben muss und sich selbst auch dauernd unter Druck setzen muss und der dann auch gehetzt durch die Gegend jagt, getrieben fast. Sondern man ist jemand, der in sich ruht, der weiß, dass er bei sich selbst zu Hause ist, der diese innere Kraft hat, dann nicht irgendwas von anderen haben zu wollen, sondern auch anderen was zu verschenken. Das ist ein sehr schönes Gefühl, dass man nicht immer zu was kriegen muss, also Anerkennung, Bewunderung, irgendwelche anderen Dinge von anderen Menschen, sondern dass man das einfach, dass man was verschenken kann. Das hat wahrscheinlich was mit der Position eines Liebenden zu tun. Und dann ist man auch liebevoller zu anderen Leuten, wenn es einem so geht. Und wenn man liebevoller auch zu anderen Menschen ist, ist man wohl auch immer liebevoller zu anderen Liebewesen und zur Natur. Sodass das einfach dann eine Verwandlung eines Menschen ist, die dazu führt, dass der in einer Welt leben kann, die tatsächlich nachhaltig ist, die uns Menschen auch gerechter wird, weil sie uns hilft, die in uns angelegten Potenziale, also diese Talente und Begabungen wirklich zur Entfaltung zu bringen. Und damit sind wir wieder im Einklang mit dem Lebendigen, weil das ist für einen Biologen wie mich sehr interessant, weil das Lebendige, dem geht es ja auch um nichts anderes als um Entfaltung. Also man könnte sagen, das ganze Leben, alles was lebt, ist in einem ständigen Prozess, in dem etwas zur Entfaltung kommt, was vorher noch nicht sichtbar gewesen ist, aber angelegt war als Möglichkeit. Schon in der ersten Zelle, die auf diesem Planeten entstanden ist, war das als Möglichkeit angelegt, dass wir da als Vielzeller als Vielzeller entstehen und dass unter den Vielzellern dann auch irgendwie was gefunden werden musste, dass die sowas wie ein Nervensystem bekommen und dann haben die sich auch fortbewegt, weil es natürlich günstiger war und dann haben die auch einen Teil, der vorne war und da hat sich diese Nervenzellansammlung gebildet, die wir heute Gehirn nennen und natürlich war das blöd, wenn das alles von genetischen Programmen gelenkt worden ist und deshalb sind diese genetischen Programme dann auch so weit geöffnet worden, dass da lernfähige Gehirne entstanden sind und diese lernfähigen Gehirne konnten dann sowas ausbilden wie Bewusstsein. Ja, soweit sind wir jetzt gekommen und jetzt müssten wir nur noch diesen letzten Schritt schaffen, nämlich dass wir auch verstehen, dass uns das Leben hervorgebracht hat. Nicht zum Jux oder so, sondern dass wir diesem Umstand, dass wir entstanden sind, diesem riesigen Entfaltungsprozess verdanken, der wohl immer in dieser Weise stattfindet und wo irgendwie auch mal eine Spezies rauskommen muss oder wo jede einzelne Spezies, uns eingeschlossen, am Ende in diesem großen Prozess eingebunden ist und damit wäre für uns plötzlich etwas Sinnhaftes als Menschen, was am Horizont erscheinen würde und das heißt, wir könnten uns als diejenigen verstehen, die Verantwortung dafür übernehmen, dass das Leben lebendig bleiben kann, dass diese Entfaltung, dieser natürliche Entfaltungsprozess des Lebendigen nicht dauernd blockiert, unterbrochen oder gestört wird, sondern dass wir den, so gut es nur irgendwie geht, begünstigen und befördern und damit wären wir wieder im Einklang mit dem Leben, mit der Natur und das würde dann sehr zwangsläufig dazu führen, dass wir auch gesunder werden, in jeder Hinsicht, auch im Kopf. Die Hinsicht